Heute gibt es wieder einen musikalischen Gruß aus der Johanneskirche, wie eigentlich an jedem Samstagabend. Wieder ein Flöten-Trio heute, zusammen mit unserem Kantor Maurice Croissant. Wir spielen ein Stück aus Costa Rica mit dem Titel Aititai. Der Titel ist eigentlich nicht wörtlich zu übersetzen, es ist ein lustiger Nonsensbegriff. Lustig, fröhlich und heiter kommt auch das Stück Aititai daher und wir hoffen, dass wir Sie anstecken können mit unserer Heiterkeit. In diesem Sinne bleiben Sie fröhlich, beschwingt und heiter und bleiben Sie behütet. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020